Hallo ihr kleinen Schnuckiputzis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight mit der lieben Lea Simba. Und zum dritten Mal. Grüß Gott! Das ist jetzt schon die dritte Aufnahme, weil wir nicht in eine Gruppe gekommen sind. Ja, mal schauen, was uns in dieser Runde erwartet. Bin ich ja mal gespannt. Oh mein Gott! Yay! Oh Gott! Das wurde jetzt auch mal Zeit, ey. Aber echt, ey. So, eigentlich wollte ich ja Glück für alle opfern, aber es ging ja in die falsche Runde rein. Was will man machen? Ist halt wie es ist. Man muss aber sagen, die letzte Runde war geil, oder? Was sagen Sie dazu? Auf jeden Fall. Das war die geilste Runde, die wir bis jetzt hatten. Das ist richtig cool. Erstmal fett Punkte gehabt. Ja. So eine große Zahl habe ich noch nie gesehen bei Dead by Daylight. Und noch nicht mal auf meinem Kontostand. Huch. Oh ja. Aber wer den vorherigen gesehen hat, der kann gerne noch mal auf unseren Kanälen das abchecken. So einen Satz hast du gefühlt noch nie in unserer ganzen Gaming-Farriere gesagt. Mein Stirnband hängt im Wiesig und ich habe ihn für den Kopf. Oh, die Krankenschapfer. Ihr habt ihn nur oft. Und ich laufe gerade in die Arme. Oh, das läuft! Lass mich, lass mich lassen. Lass mich, lass mich, lass mich. Wir freuen uns jetzt einfach mal. Hey, aber du hast dich immerhin schon länger abgelenkt als sonst immer. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Komm zu euch. Wo steht sie da? Ich komme zu ihr und fett dich, fett dich. Meere dich, meere dich! Also bei mir sitzt dein Stirnband normal. Ja, jetzt sollen wir auch, aber eben beim ersten Generaten was komplett tun. Wir schaffen das. Nein, ich zieh das durch. Schauen wir mal auf, wo er ein Generator kommt. Und jetzt ist das. Ich hab noch die Zierweck. Oh, ich hab noch die Zierweck. Oh, wow. Ich hab noch nicht mehr. Ich hab' mir geraßt. Wir haben doch immer wieder eine Zierweck. Ich hab' mir nicht zuratmet. Warum habe ich gerade bei dem eigenen Alkohol im Namen gelesen? Alkohol bei Elko-Kohl? Ja. Alkoholig! Nein! Hä? 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 What the fuck? Mein Störband rastet komplett aus. Was? Was? Ja! Vonan sind wir so mit grad irgendwie als Kopfhörer oder keine Ahnung. Ich geh mal retten. Ich geh mal retten. Oh fertig. Ah hier ist schon der Nächste. Die Nurs geht ja richtig ab. Ich stell mir das auch richtig vor, die hier auf dem Handy zu spielen. Oh Leute. Wen hängt sie als erstes ab? Das weiß ich nicht. Und der aufgehangenen... Jaaaaaa! AAAAAAHHHHHHHH!! Oh, was kommt jetzt hier so? Perfekt Lea. Renn weg. Ganz ganz ganz, ganz 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 reichn. Wow, was macht der da? Will er direkt wieder sterben? Was geht denn da hinten ab, ey? Ganz viel Action, sag ich dem. Oh Bro! 80% mein Generator! Ja! So. Noch einen Gen, Leute. Gibt sich die Ecke gar nicht. Ach, oh naja. War hier. So. Ah! Gucken. Nein. Ich hab die Bodenluge. Ich hab die Falltür gefunden. Hat jemand Schlüssel? Nee. Nein, was fühlst du dich so komisch? Hä? Hat die mich jetzt ernsthaft verloren? Schade. Ich dachte, ich hab die Schlüssel. Mann, ey. Der Amtler hat den Klöck noch zu kriegen. Schade, ich dachte, ich hab die Schlüssel. Wer da auch immer grad gelaufen ist. Der steckt nicht. Ah. Nein. Oh, sie trifft richtig. Scheiße. Ich hab die Schlüssel in den Fluss getroffen. Ach, hier. Ich bin entkommen. Ja, wir stehen hier mit dem Rad her. Ich mach grad auch einen. Meiner ist der Hälfte. Die Hälfte. Die Hälfte. Hast du schon. Die Hälfte. Oh nee, ich mach mir jetzt noch den Generator. Was lockst du die denn noch zu mir? Ja, du fangst gleich sofort an meinem Generator. Ich bin fast fertig. Drei, zwei, eins. Ja, danke. 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 Ah. Sie kommt zu, oder? Shit, was ist das? Die werden das nicht so anziehen. Der war fast schwer. Oh mein Gott. Bei mir herrscht man gut. Gigi. Was für eine Runde, ey. Oh Gott. Hey, ich würd sagen, da geht noch eine. Da geht noch eine Runde, klar. Auf jeden Fall. Boah, was war das für eine Runde, ey. Boah. Ich weiß es nicht. Halt. Ich muss mal kurz hier... Ach, ich wollte schon sagen, wenn wir wieder nicht in einer Runde sind. Oh Gott. Oh Gott. Ja, für Mc Thomas. Das wird eine Mädelsrunde. Mädels. Mädels, Mädels. Oh. Meine Fresse, ey. Was für eine spannende Runde gerade. Also die Runden heute machen mich echt fertig, du. Also richtig geil. Ach ja. Aber ich bin immer so... Hab mich so weggedreht. Jetzt mal, wenn die zugeschlagen hat, die hat immer da... ...neben gehauen. Ich stand sogar hinter der. Und sie hat sich dafür nicht interessiert. Ach. Das war richtig krass gerade. Hm. So. Gestörtenabteilung. Da, wo wir hingehören. Auf jeden Fall. Ach, scheiße. Ich hab für diese Runde gar nichts ausgemüht. Na egal. Ich auch nicht. Wir haben Ketten irgendwie. Oh. Nein. Leck. Mann. Das ist ja mal mehr als knapp gewesen gerade. Ich hör ihn. Ah. Ah. Und da war er auch schon. Hä? Lol. Der Generator brennt. Hä? Jetzt nicht mehr. Ja, ich häng dir mal so ein bisschen ab. Okay. Wir sind jetzt auf dem Berg. Sehr feuriger Typ, also das muss ich ja jetzt mal so sagen. Der Campt, Leute. Macht Generatoren. Sehe ich jetzt zwei, die hier rumschmeißen und eingeißen. Boah, ich dachte, er trifft nicht genug. Was ist das? 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 Wir bekommen hier gerade eine schöne Nackenmassage. Das ist schön. Gute Dank. Dankeschön. So. Oh! So, mir wird auch der Rücken massiert. Ja, schön. Also war doch ne gute Wertungsaktion, muss ich sagen. Ach, Mann! Das scheiß Leck! Oh, Mann! Sorry for this! Oh, fuck me! Lass mich, lass mich, lass mich! Oh, Mann! Der geht so lange ab! Oh, he, he! Halt! Halt! Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich! Halt mich, lass mich! Oh, mein Gott! War das knapp! Oh, mein Gott! War das knapp! Der ist hier gelaufen! Ah, hier! Ach, der ist schon gemacht! Ähm, im Haus oben bin ich, falls du auch jemanden suchst. Ah! Rückzug, die sind hier oben! Rückzug! Ich hab schon am Herdschlag gemerkt, dass da irgendwas faul ist in der Richtung. Ah! Lauf, Lea! Hui! Oh, hier ist ein Generator da! Äh, ne? So! So, Generator fertig! Noch einer, Leute! Noch einer, Leute! Ja! Ja! Äh! Scheiße, hier liegt aber auch nirgends eine Kiste! Ah! Ah, hier! Oh mein Gott! Ich versteck mich! Ah! Oh, sorry an die einen, aber danke, dass du den Schlag abgenommen hast! Huh! Lea! Das ist spannend, ey! Du bist gut! Du hast ihn gestunt! Diamant! Ja, Mann! Ah! 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 Huh! Äh! Äh! Wie sich das anhört! Ah! Ah! Scheiße, das hat gerade gelägt! Ah! 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 Ich bin gerade am letzten Generator! madgemonack zu пром knürbar! Also, das war gerade ein echt harter Kampf! Vielen Dank! Mann! Oh, junger Tag, was kann ich dafür, dass du zu schlecht bist? Und mir zu tun haben! Oh, du bist da ganz weit hin. Campt er? Ja. Nur einer müsste sich von euch trauen, hinzugehen, einen Schlag abzunehmen, um mich zu holen. Danke. Einen Moment, Generator. Okay, sexy. Ja, nicht mehr sexy. Oh, Alter, wie er mich jetzt nicht mehr leiden kann, weil ich einfach zu gut ausgerissen bin. Oder einfach zu dumm ist zu schlagen. Aaaaaah! Oh, okay. Das ist mir ja schon so ein bisschen zu geben. Hiiiihhh. Huuuuh. Aaaaaah! Aaaaah! Achto schon. So, jetzt müssen wir nur noch die Ausgänge finden. Ja. Schön, dass der eine einfach rausgerannt ist. Oh, shit. Ich hab den Ausgang gefunden. Wir auch. Ich weiß, dass ich... Ach, sehr schön. Yay, GG! Juhu! Oh, er kommt. Ah! Oh, GG. Das war nochmal eine spannende Runde zum Abschluss. Oh, mega. Mega geil. War das krass. Ähm, ja. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann bis dahin. Ciao.